Die tun wir haben ja auch irgendwie... Ja, wir lassen alle sprechen, keine Ahnung. Wir haben ja das. Ja, ein Bremsen. Hier sind die Flammerflüge. Das sind die Flammerflüge. Die Flammerflüge? Die Flammerflüge. Das war so. Das war so. Ich finde es nicht mehr. Ich bin super, ich bin klar. Ja, das geht vielleicht aus mit dem Fahrrad oder so, kann ich da schlecht da oben so eine Kette weg anschauen. Richtig, weil ja, wenn ich ein Kette anschaue, das fehlt ja alles, ne? 2 Meter Wohnkreis. Nein, also, da ist das Kette, ja, so. Ne, das zieht das Land. Auf jeden Fall, da ist noch eine ganz alte Route. Auf jeden Fall. Vor allem, Haftalm drücken. Oh ja. Die sind aber Frubeianstücke, Frubeianstücke. Und hier sind die Fläche. Also, wie lebt es hier eigentlich, wir gucken, ob es hier hinzucker ist. Ja, das ist einfach ein Hadschwartteil. Was? Hadschwartteil. Wie, wie, hey? Ja, klar, das ist halt auch so. Wenn du etwas anstammelst, wenn du jetzt zum Beispiel festhalten musst, dann darfst du nicht normale Kämpfe nehmen oder sowas. Oder die Feinde, diese Seine, dafür ist das Schilke nicht dabei. Also es gibt ja immer Seine, Anstammseine oder Anstammseine. Die Anstammseine sind dafür da, bestimmte Belastungen und Beschädigungen heraufzunehmen. Das ist nicht, dass es besser ist, aber du stell dir mal vor, du hast ein Seil, was 40 Meter lang ist, ein Stahlseil. Und du würdest das irgendwo belasten, also jedenfalls wiegen oder ob Dinge rum zerstört werden. Und deswegen nimmt man eine Anschlagseile. Wenn das kaputt ist, dann hat man eine Anschlagseile im Boden und so weiter. Das ist eben ein großes Seil, das ist wie in der Land oder so. Aber das muss man nicht passen. Das wird aber geschehen nicht werden. Ja, Daniel, Patrick hat sich nur zusammen erwerfen. Du hast angefühlt mit der Vögeleistung. Hast du die ganze Spannschläge dabei? Du hast eine Tio, die du bei allen Egenständen vorgeben kannst. Du kannst es damit nehmen, aber eigentlich musst du damit denken. Also nicht denken, weil damit diese Gäste, Ventil, lalalala, Du darfst den Lassen da anheben, aber nicht absenken. Das ist aber so zweischleidig. Das muss man ja irgendwann machen lassen, ne? Das ist ja logisch. So, wir kommen hier mal weiter, hier rät der Fach 3. So, hier haben wir 3 C-Schläge drauf. Hier der 35 Meter W-Schläge. Das ist der Dorfschlauch, hatten wir ja heute. Da du den Baum wieder aufgehoben und aufgehoben. Hier sind die Puntruher von Tio in der preservationsteakavar. Falt, Leip, Pegel. Das ist der zweite Weg. Da hast du hier diese... Ne, äh... Ja, die Abschutzzinger hier. Halt, zum Beispiel jetzt Prasen, kannst du den dann etwas... Ja, die Puntruher ausfahren, weil die würden ja versinken. Die Teile sind etwas leicht groß, nur etwas größer. Es ist einfach auch ... ... alles so interessante, dass die Teile verhält. Dann haben wir auf der Seite diesen Arm. Den kannst du hier vorne an den Tauch für eine Wandung spielen. Dann kannst du das jetzt über eine Wollwiesen-Sicherheit machen. Das ist sowieso dieser Dings der Arm. Da kann man einfach eine Einleger, da kann man ein bisschen lassen. Aber du bist 1, hat der Land schon mal. Oben seht ihr noch mal ein Standrohr dran. Dann seht ihr noch die Frage dran. Eine Wien-Norm-Frage. Das ist auch so, wie rein ich mir sehen. Das hat man so ein bisschen auch. Also nicht so viel. Ich denke, dass er eigentlich nicht dafür darf. Ich will uns vielleicht in Sanz-Alenes zu fahren. Aber die Vorbereitung hat schon mal gemacht. Ich bin auf der anderen Seite. Hinten ist leider nichts im Haus. Die Räte Papier. Die sind dabei. Hinten nach. Fliegverlust da. Zauberfeuer. Arbeitsleine. 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 Arbeitsleine ist rotenig. Man kann so rotenig. Wir haben wohl auch so was gehen. Arbeitsleine. 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 Kügelsägen. Wart schon. Mal weiter. So, so. Aufnahme. Drücke. Jetzt.. 2x. 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 Behälter. Behälter Was müssen denn hier ohne sein? Was müssen denn hier dringesetzt? Was müssen denn die Fraschen haben? Die 300 Bar Behälter Weil wir haben ja nur die 100 Bar Behälter Das sind ja nun mal 300 Bar Behälter Ja 270 Also 10% Weiß ich auch nicht wo C-Schläuche Anlassflaschen, Soservflaschen Der Behälter Wollen wir das nicht hin? Wollen wir das nicht hin? Ah, das ist nicht Wollen wir das noch mal hören Wollen wir das nicht hin? Wollen wir das nicht hin? Wollen wir das nicht hin? Warum ist das nicht notwendig? Das sind ja Wollen wir das nicht hin? Wir gehen kurz los auf dem Fahrer Anfangen Wollen wir das nicht hin? Bei der Drehleiter überlebenswicht. Bei der Druck der Hohmannschaft. Bei der Spätze des Hohmannschafts, mit dem Schüttel lassen, mit dem Hohmann-Aushalt und so weiter. Wir legen jetzt schon an die Kurzgrenze Fahrer. Wenn es nicht sinnvoll ist, wenn ich hier noch einen Rückschluss hoch abwachen muss. So. Wir gehen noch weiter raus. So. Vor diesem Hinblick. Und, reinmachen die verheirten, dann kommt jemand auf der Kelle. Und dann noch Schmalrohr, 2RT, Obergrühlattenklüffel. Dann noch das Schmalrohr. Über. Ja, über. Was ist der Tee? Das ist der Tee. Dann haben wir hier noch den elektrischen Werfer oder Monitor, den kann man natürlich unten ran basteln. Den kann dann auch den elektrischen Lüfter. Extra dabei ist der offene Dach elektrischen zu vollständig. So was soll jetzt der Auge hier? Hier haben wir die Aufnahme für die Krankenzahl. Ja, der Zapfen kann dann auch da noch für die Arbeitierung einnehmen. Man muss aber auch passen, damit die Linien noch nicht lang sind, weil fast nicht alle fahren. Hier haben wir die Schadelschwerter. Die Schadelschwerter. Also wenn du den Ohren klettern kannst du jetzt noch mal eine Leiter machen. Ja, genau. Reiberkorb und so weiter. Also die Belastung ist nicht so. Ja.